So müsste alles laufen, ne? Hallöchen! Wir kennen uns ja, äh hier, winken für euch. Ich hatte ja schon gemeint, wenn es gewünscht wird, mache ich gar nicht so was noch mal. Also bisschen Lo erzählen und was dazu zeichnen. Und ja, heute ist mal wieder so weit. Ich kam leider nicht eher dazu, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß auch gut, wenn der Zeug, der erzählt Zeug hier so, was hier passiert ist und überhaupt. Ja, mir war eine Sehne im Bein angerissen und ich war in letzter Zeit leider ein wenig verhindert. Aber ich werde mich bemühen, dass ich das Ganze einigermaßen über die Bühne bringe. Oh, und ich muss auch sagen, heute ist, gut, ich habe es im Titel vermutlich eh schon gelesen, Dark Souls 2 dran. Deswegen. Also, fangen wir mal an. Dark Souls 2, storytechnisch bla bla bla, all das reich Drangleic untergegangen, bla bla bla. So viel dazu gesagt, ursprünglich war für Dark Souls 2 ein Zeitsprung-Thema angedacht. Das hat man später dann doch ein bisschen implementiert, als man die Asche vom Drachen da bekommen hat. Das Ascheherz, genau so hieß das. Da war es ein bisschen dann eingeführt, als man die Träume der Riesen da eintreten konnte und bla. Das war eigentlich ganz anders angedacht mit so einer komischen Halskette. Und man sollte das viel, viel, viel öfters machen. Hat sich wohl irgendwie erledigt. Naja, jetzt machen wir mal die Story, wie es jetzt momentan ist. Also, wir haben hier ... Moment, ich bin gerade am Zeichnen ... Fängt das so an, dass ein gewisser König in der Lage war, den Fluch zu bändigen. Also, angeblich eine Möglichkeit gefunden haben soll. Ich zeichne ihn jetzt bewusst ohne Krone. Ich schnögle euch mal hier eben kurz die Krone her. So, zack, zack, zack. Ist das schön genug? Ich denke schon, es sieht sogar einigermaßen nach der Form aus. Und zwar ist das Wendrik. König Wendrik. Er und sein Bruder kamen in das Reich Wendrik und haben die ganze Sause da ... Also, er und sein Bruder, Wendrik, und sein Bruder mit dem Namen Aldia, also Aldia. Wieder der Discounter Aldi, nur mit A noch mal hinten dran. Hört sich gleich ein bisschen vitaler an, wie so ein probiotischer Trink, Aldia. Kamen nach Wendrik wohl irgendwie, haben die ganze Sause da aufgemischt und wurden wohl irgendwie zu den Königen. Es gibt keinen genauen Anhaltspunkt, wie, warum überhaupt, ob sie aus einem ursprünglichen Königshaus entsprungen waren ... ... oder ob sie einfach bloß irgendwie dahergelaufene Abenteurer waren, die es geschafft haben, sich Macht anzueignen. Aber auf jeden Fall ... Er ist der König von Drangdick. Tut mir leid, es ist gerade etwas spät. Ich versuche meine Gedanken so gut es geht zusammen. Wenn ich es heute am Samstag nicht machen, komme ich die Woche leider nicht mehr dazu. Deswegen machen wir es jetzt gleich. Ich mache ihm hier noch so ein bisschen Stirnrunsel mit hin. Und ja, er soll bewusst ein bisschen traurig schauen, das ist ... ja ... Also wir haben Wendrik und seinem Bruder Aldia jetzt nicht erschrecken, das sieht ein bisschen seltsam aus. Und so hat Aldia so eine komische Nase. Und hier so ... Hier so ... Und dann so ... Hier runter die Wurzel. Alles ein bisschen verzittert malen. Denn ... Kommen wir gleich dazu. Das ist ... Aldia ... Ne? Also ... Hier zack ... Zack ... Brüder. Soweit ich weiß ... Ist Aldia der Ältere. Warum sieht Aldia so seltsam aus? Wenn ihr es nachschauen wollt, Aldia sieht aus wie ein Gebüsch. Normalerweise ist das hier auch alles Ranken und ich spare mir jetzt die Details. Man erkennt einigermaßen was es sein soll. Ähm ... Denn ... Ähm ... Vendrik ist der, der mit dem Herzen denkt. Und Aldia ist derjenige, der mit dem Hirn denkt. Die Sache ist die ... Die beiden haben sich ein Königreich aufgezogen, das eine ganze Weile später, als es im Blüde stand, vom Untotenfluch heimgesucht wurde. Es gab eine Möglichkeit, diesen Untotenfluch aufzuhalten. Und zwar indem sich ein mächtiger Herrscher, also ... Er hier ... Hätte im Ofen opfern müssen. Seine mächtige Seele hätte ausgereicht, um den Untotenfluch zu stoppen. Das Königreich wäre safe gewesen, die Leute hätten den Untotenfluch nicht mehr fürchten müssen. Bis irgendwann die Macht dieser mächtigen Seele wäre aufgebraucht gewesen. Und eine neue mächtige Seele hätte hergemüßt. Vendrik wollte das aber nicht akzeptieren. Hier bekommst du noch mehr Stirnfalten. Du bist ja auch ein alter Mann mittlerweile. Äh ... Vendrik ist aber auch ein Mensch, der nicht ... Er wollte gegen den Fluch ankämpfen. Er war aufbrausend, brisant. Er ist seinem Herzen gefolgt. Es musste doch eine Möglichkeit geben, um diesen Fluch aufzuhalten. Sein Bruder dagegen, Aldia ... Er war ein Mensch ... Er hier ... Mit ... Oh ... Das sieht jetzt schrecklich aus. Ich bin nicht so gut im Gehirn zeichnen. Aber das soll ein Gehirn sein. Er war ein Hirnmensch, ein intelligenter Mensch. Er forschte dagegen. Vendrik hat sich dagegen auf Mythen, Legenden und Sagen gestützt. Wie es Menschen geschafft haben sollen, diesen Fluch zu stoppen. Was es für Möglichkeiten geben soll. Aldia hingegen war schlau und dachte, es muss andere Möglichkeiten und Wege geben. Beispielsweise. Aldia dachte ... Als es noch die erste Flamme gar nicht gab. Jene, die den Fluch beseitigt hat und das ganze Unheil erstmal losgetreten hat. Da waren die Menschen ja auch alle einfach nur Hüllen. Was gab es zu jener Zeit? Drachen. Das ist absolut richtig. Es gab Drachen. Drachen sind unaffektiert von dem Fluch. Sprich, der Fluch macht ihnen nichts. So. Da dachte sich Aldia ... Was? Ich würde Aldia hier mal eine kleine eigene Timeline spendieren. Was? Wenn man einen ... Drachen nimmt ... Drachen plus einen Menschen ist gleich Unsterblichkeit. Ich bin schlecht darin, das Unsterblichkeit oder das Unendlichkeitssymbol zu zeichnen. Denn Drachen können nicht vom Untotenfluch heimgesucht werden. Die sind unaffektiert davon. Menschen schon. Was man beides kombiniert. Müsste dabei als Beispiel nicht etwas rumkommen, was dem Fluch trotzen kann. Aldia dachte weiter. Er wollte jetzt nicht einfach, wie man schon an anderer Stelle gehört hat. Beispielsweise Dark Souls 1. Dass da wildes Rudelbums mit den Drachen passiert. Sondern er hat weiter gedacht. Es muss andere Möglichkeiten geben. So hat er also Wildexperiment an Menschen durchgeführt. Und das hat sich in zwei Branches quasi, also zwei Zweige aufgeteilt. Teilen wir das hier mal ab. Zack, zack. Zum einen hat er schreckliche Experimente durchgeführt, die in schrecklichen Missgeburten geändert haben. Teilweise Drachen, stell dir vor wie der Glöckner von Notre Dame bloß auf Ecstasy, Drogen, Steroiden und alles zusammen quasi. Die schrien, tötet mich. Ja, sie waren in gewisser Weise Drachen. Sie lebten auch ewig. Aber dieses Leben war eine schreckliche Qual, denn sie waren wandelnde Missgeburten. Ganz schlimm. Aber der Weg war der richtige schon mal. Sein Gedankenweg war gar nicht mal so falsch. Wir kommen noch dazu, warum Aldia so aussieht, wie er aussieht. Da kommen wir noch dazu. Musste noch etwas mit den Drachen zu tun haben. Das Problem zu jenem Zeitpunkt war aber ein ganz besonderes. Alle Drachen waren RIP. Als die beiden schon in Drangleic angekommen waren, gab es keine lebenden Drachen mehr in Drangleic. Lediglich Weiber und das sind nur entfernte Verwandten der Drachen. Die zählten also nicht. Also musste Aldia einen Weg finden. Wie zeichne ich das denn? Wie man die Drachen wieder, das ist ein Grabstein mit dem Pfeil nach oben, denn hier fällt gerade nichts anderes ein. Wie der aus dem Totenreich zurückholen könnte. Die Idee dahinter war, indem man Drachenbeine Gebeine nahm. Dann kam Aldia drauf und diese mit genug Seelenmasse vollstopft. Und so erweckte er einen der uralten, der ersten Drachen wieder, einen der Drachen, die zum Zeitalter lebten, als die Welt nur grau war, mit Nebel erfüllt und voll Bäumen gestopft. So belebte er so einen wieder. Also er hat die Drachengebeine voll mit Seelenkraft gesteckt und konnte so einen Drachen wieder ins Leben zurückholen. Jener Drachen kann man sogar im Spiel eben wiederfinden. Der befindet sich im Drachenhorst. Warum das Horst halt und nicht Drachenhorst fragt mich nicht. Es heißt Drachenhorst. Vermutlich wegen Vögeln, weil ich glaube, da heißt es auch Horst. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ich bin kein Ornithologe. Auf jeden Fall hat er es geschafft und hat einen der uralten Drachen wiederbelebt. Es war kein richtiger Drache in dem Hinsicht, denn es waren ja nur wiederbelebte Gebeine. Es war nicht die Seele des eigentlichen Drachen vorhanden. Die steckte eigentlich viel weiter entfernt, zwar noch im Körper des Drachen gebunden und auch dennoch nicht mehr. Das ist schwierig zu erklären. Also, passt auf. Diesen Drachen, ich unterteile das Leben noch mal. Die Drachengebeine hatte er in Zeldora gefunden. Da war ein fast makelloses Skelett oder die Gebeine eines Drachen, wurden freigelegt von den dortigen Minenarbeitern. Von dem hat er eine Probe genommen und konnte dadurch den Drachen wiederbeleben. So hat er es geschafft. Der Drache lebte wieder, aber halt sein Körper, zwar mit auch seinen Erinnerungen. Wenn man jenen aber töten würde, würde man nur eine massige Anzahl Seelen bekommen, nicht aber die eigentliche Seele des Drachen. Das ist auch im Spiel so. Aber das Grundwissen war wieder vorhanden. Die Grund-DNA war wieder am Leben. Und so konnte Orl ja schließlich seine Experimente weiterführen. Und er testete weiter und immer weiter. Bis er schließlich menschliche DNA, nicht durch Bumsen, sondern etwas, das auch menschliche DNA enthielt, mit der DNA der Drachen kreuzen konnte. Man darf nicht vergessen, der Mann ist schlau gewesen. Das war ein wirklicher Vorschein. Nicht wie er hier. Wendwig hatte zwar ein gutes Herz, war aber eine Dumpfbacke. Er hier ist schlau gewesen. Wirklich schlau. Und zwar hatte er, Oldier, davon gehört, dass es in einem untergegangenen Reich weit entfernt mit dem Namen Lordren wohl mal ein Wesen gegeben haben soll, das sich Manus geschimpft hatte. Manus war ein Wesen geboren im sogenannten Abgrund. Und der Abgrund war der ursprüngliche, naja, der Ursprung des Fluches, wenn man so will. Eine Dunkelheit, die die Menschen immer wieder heimsucht und zugleich auch ihr Ursprungspunkt. Manus war ein sehr mächtiges Wesen davon. Und man könnte sagen, der Abgrund ist die Wiege der Menschheit und die Menschheit ist ihre Ursprungsform eine Hülle. So. Die Menschen fanden aber dann in der ersten Flamme, ne, Moment, so, so, in der ersten Flamme fanden sie eine Seele. Ist gleich Mensch. So. Vorher waren sie einfach nur Zombie-Hüllen. Ich mach das mal hier, weil das wird ein bisschen umständlicher. Ich will jetzt nicht Milliarden Branches machen. Wie kommen wir es dazu? Es kommt hier unten auch noch was hin. So. Nächste Sache war, okay, das wusste er. Erste Flamme plus Mensch. Ne? Also erste Flamme plus Hülle und Seele aus der ersten Flamme ist gleich Mensch. Letzten Endes war das aber nur ein temporärer Erfolg. Denn die Flamme würde irgendwann mal RIP gehen. Ich würde erlöschen. Da haben wir ein Problem. Wenn die Flamme erlischt, gibt es auch keine Seelen mehr. Dann gibt es keine Seelen mehr, dann hat sich das ja auch erledigt. Da sind wir alle bloß auch Zombies bzw. Hüllen. Zombies ist jetzt sogar der falsche Aussuch. Denn Hüllen sind durchaus empfindungsfähig und genauso schlau wie Menschen. Die sehen einfach bloß scheiße aus. Einfach nur ausgemergelt. Es ist einfach, jede Hülle sieht ziemlich gleich aus. Eine graue Kultur. Genau jene Kultur, die eben existierte zu Zeiten der Drachen. Jede ist gleich, alles ist dasselbe. Trostlos einfach. Und das ist etwas, das die Menschen einfach partout nicht haben wollten. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern, war eben wie gesagt, dass sich eine mächtige Seele wie er zum Beispiel aufopfern würde, um die Glut der ersten Flamme neu zu entfachen. Wenn sie wieder brennt, gibt es keinen Fluch, gibt es keinen Fluch, können die Menschen unbesorgt weiterleben. Older glaubte aber daran, es muss einen Weg geben, wie man diesen Zyklus durchbrechen kann. Durch Evolution. Er nahm also eine Probe von einem Wesen, das im Abgrund selbst quasi geboren wurde. Sein Name war ja relativ unbekannt. Er kam durch dubiose Hände daran. Man kann davon ausgehen, durch die Pilger der Finsternis. Das ist eine Gruppierung von Leuten, die den Abgrund erforscht haben. Kann man davon ausgehen. Ist ziemlich wahrscheinlich. Auf jeden Fall kam er daran an... Ich male jetzt einfach mal. Das soll Manus darstellen. Manus gilt als der Vater des Abgrunds. Wir kennen ihn aus Dark Souls 1. Er kam irgendwie an Bruchstücke von Manus. Denn Manus wurde ursprünglich in Olesil getötet. Aber seine Bruchstücke oder die Fragmente von ihm lebten weiter. Und er nahm eines jener Fragmente quasi eines der puresten Stücke der Menschlichkeit selbst. Denn Manus war ursprünglich ein Mensch, der die Macht aus dem Abgrund gezogen hatte. Er wurde quasi ein Host des Abgrunds und der Macht des Abgrunds selbst. Er nahm eines dieser Fragmente... Ich male jetzt einfach mal... Das soll ein Splitter sein. Sagen wir... Splitter. Ist gleich Splitter. Er nahm davon einen Splitter... Und addierte dazu... Erbguter Drachen. Moment... So... Schupp, 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 schupp... Das ist eine Viole. Also was heißt Erbgut, das ist jetzt kein Drachensperma in der Hinsicht, sondern tatsächlich Drachenessenz. Der konnte das extrahieren aus dem Blut des Drachen, was Immunität gegen den Fluch bringen soll. Also quasi Unsterblichkeit. Das ist ihm irgendwie gelungen. Und daraus... Aus dem und dem hier... Wurde ein kleines Mädchen mit roten Haaren geboren. Fragt mich nicht wie. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich so. So... Mit dem Namen... Sie galt als Fehlschlag. Denn... Sie war zwar durch das Drachenerbgut unsterblich. Jedoch... Warum galt sie als Fehlschlag? Das ist eine sehr gute Frage. Tja... Sie hätte halt einfach mit... Naja... Offensichtlich konnte man aus ihr... Da sie... Aus diesen zwei... In die Grenze... In... 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 Quasi sie war ein Drachenwesen, ähnlich wie Priscilla und Jorska und dennoch auch nicht. Sie war ein Mensch durch und durch und dennoch auch nicht. Denn nur ihr eines Auge, das da, was man mehr sieht, ist menschlich. Das andere hier drüben, das war ein sehr finsteres, lilafarbenes Auge. Man kann es sogar sehen, wenn ihr mir nicht glauben wollt. Und zwar, wenn ihr mal wieder Machulo unterwegs seid, geht einfach mit der Kamera vorsichtig an sich hin. Sie haben sogar dieses Modell eingebaut. Man kann ein lilaes Auge hinter ihren Haarstränen erkennen. Ich habe ihr bewusst übrigens die jugendliche Version von ihr gezeichnet. Gibt es auch Modelle davon, deswegen. Und, ja gut, man hätte theoretisch einen zweiten. Es war nicht garantiert, dass wenn sie dann jetzt wieder Kinder hat, dass diese ein Ergo auch gleich immun gegen den Fluch sind. Hätte es allerdings einen männlichen Part dazu gegeben, da hätte es zwar eine ganze neue Zivilisation gebraucht, aber man konnte nicht das aus ihr extrahieren, außer aus ihr konnte man nichts ziehen. Ich mache das mal so. Mit dem X. Man konnte nichts aus ihrem Erbgut, ihrer DNA gewinnen. Da es nur ihr zugrunde lag, hätte man es anderen Menschen injiziert, hätte es einfach nichts gebracht, da es zu wenig war. Es war die Summe aus beiden zusammen, aus dem Splitter und dem Erbgut. Eine geringe Menge hätte niemals gereicht, um einen Menschen vor dem Fluch zu bewahren. Nur sie war safe vor dem Fluch. Das namenlose Kind. Deswegen galt sie als Fehlschlag. Deswegen wurde sie auch weggeworfen wie Müll. Oldja war da ziemlich rigoros. Ich kann den Mann auch ein bisschen verstehen. Forscht ihr mal wie verrückt und ihr ergreift wirklich jeden Strohhalm, wo ihr nur könnt. Und dann kommt er so weit und dann ist es doch wieder nur ein... Er hatte halt einfach keine Zeit, ein Kind aufzuziehen. Ja klar, das ist herzloser, absolut, aber ich kann es verstehen irgendwo. Der suchte Verzweiflung mit dem Hirn nach einer Möglichkeit, den Fluch zu besiegen. Aber Moment. Hier ist die Geschichte noch nie vorbei. Und zwar... Und zwar... Wurde die kleine Sharnalot... Zu dem Drachen gebracht, den Oldja ins Leben zurückgeholt hat. Beziehungsweise fand sie wohl einen Weg dahin. Und der Drache war nett. Denn er hat wohl gemerkt, dass sie quasi von ihm abstammt und hat sie nicht verstoßen, hat sie großgezogen. Und gab ihr sogar den Namen Sharnalot... Wenn ich das jetzt richtig geschrieben habe. Kann sein, dass sie mich da verschieben haben mit zwei T, aber ich glaube, sie wird mit zwei T geschrieben. Und so war Sharnalot geboren. Sie ist kein wirkliches Drachenmischwesen. Sie trägt Drachendna in sich. Sie ist unaffektiert vom Fluch. Sie lebt allerdings auch eine normale menschliche Zeitspanne. Sie war kein richtiger Fehlschlag. Oldja hatte genau das erreicht, was er wollte. Sharnalot braucht keine Angst vor dem Fluch haben. Der Fluch kann ihr gar nichts. Denn sie ist eben eine Mischung aus der absoluten Essenz des Abgrunds und der absoluten Immunität gegen den Fluch. Also ist sie eigentlich ein Mensch, der den Fluch nicht fürchten braucht. Das Problem allerdings war, man konnte diese Essenz nicht teilen. Beziehungsweise man konnte daraus nichts extrahieren. Und somit war sie ein Fehlschlag. So kann man das unterstreichen. Das ist natürlich für einen Mann der Wissenschaft, der so weit gekommen ist. Jetzt muss ich kurz gucken. Nicht, dass ich da das Blatt Papier... Nein, alles gut. Dass ich das so weit verschoben habe. Für einen Mann der Wissenschaft natürlich sehr tragisch. Denn er ist so weit gekommen. Und fand dennoch in der ganzen Zeit über nichts. Hat so viel geforscht. Hat so viele... Will ich auch sogar... Entschuldigung für das Quetschen. Ich muss mit dem Stuhl ein bisschen mehr rücken. Hat sogar so viele Menschen... So viele Verbrechen an der Menschlichkeit begangen. Mit seinen Experimenten, die wir vorhin erwähnt haben. Mit diesem ganzen Missgeburt und allem, was dabei rumgekommen ist. Schreckliches. Und es hat nichts genutzt. Eine Zeit lang später... Muss ich sogar noch eine Branch machen. Da... Hat er sogar... Entschuldigung, wenn das eine etwas grinsigere Zeichnung ist. Da hat er sogar noch einen weiteren Zweig der Forschung in Betracht gezogen. Und zwar... Die... Baum... Riesen... Deswegen... Ich mache mal hier so das da. Und dann gab es hier noch diesen kleinen Abstecher. Dann... Hat er etwas später unternommen. Deswegen... Hier, ne... Zeitstrahl, seht ihr... Er ist so... Zack. Und etwas später hat er das noch unternommen. Denn die Baumriesen waren auch immun gegen den Fluch. Es war ein ziemlich friedliebendes Volk. Irgendwo in südöstlicher Richtung. Oder keine Ahnung. Die genaue Lage ihres Königreiches war nie bekannt. Auf jeden Fall waren sie von sich aus keine Gewalttätigen oder Bösartigen. Sie lebten einfach so in den Tag hinein. Und sie waren vom Fluch nicht betroffen. Hatten halt lila Haut. Waren Riesen. Und ja, aber eigentlich ganz coole Dudes. Sie hatten sogar den Umgang mit den Seelen gemeistert. Moment, du kannst hier nur so ein geiles Hula-Döckchen. Und so. Ein Bein. Und noch ein Bein. So. Da hat er gedacht, Mensch, aus denen muss man doch auch was gewinnen können, ne? Hm. Ah. Tja. Schwierig, schwierig. Aus ihnen konnte man leider noch viel weniger gewinnen. Denn sie verfügten zwar auch über eine Seele. Jene Seele war aber absolut inkompatibel mit allem, was All der bisher kannte. Sie hatten nämlich eine sogenannte hohle Seele. Jene Seele war zwar eine Seele, war aber eben durch ihre quasi Hohlheit. Moment. Das klingt jetzt falsch. Aber sie hatten einen schwarzen Kern. Durch ihre Hohlheit. Hohlheit. Wir kommen nachher noch dazu. Das passt ganz gut. Nicht kompatibel mit Menschen. Denn sie, man konnte sie einem Menschen einsetzen. Jedoch hat es eine Hülle einfach rein gar nichts gebracht. Das ist das Problem. Sie haben, du konntest die Riesenseele einem Menschen geben. Jedoch hat es seine Form nicht verändert. Er wurde zwar stärker und mächtiger. Und vielleicht höchstens wurde er auch zu einem kleinen Mini-Riesen. Jedoch hat es sein Aussehen und das, was man eben erreichen wollte, kein Stück verändert. Die Baumriesen, denn sie bestehen auch teilweise aus Holz. Nach ihrem Ableben werden sie zu Holzkreaturen, also zu Bäumen. Das ist ihre natürliche Form. Nicht wie bei den Menschen. Die Menschen wollen ja ihre ursprüngliche Form, das Hüllen-Dasein, was wir hier oben schon erklärt haben, wollen sie ja nicht wahrhaben. Deswegen kämpfen sie um die besagte Flamme. Denn Riesen ist das scheißegal. Die Flamme kann ausgehen. Die Riesen sind immer so, wie man sie hier sieht. Deswegen plus Mensch ist gleich Fehlschlag. Kannst du vergessen. Hat keinen Zweck. Das war das Ganze, was Older mit den Riesen zu tun hatte. Jetzt haben wir den Branch von Older ziemlich abgeschlossen. Und eines der berühmtesten Zitate von Older ist Allah remains a lie. Eine Lüge bleibt eine Lüge. Das bezieht sich darauf, da die Menschen nach der Macht der Flamme quasi streben. Jedoch ist die Macht der Flamme nur die Aufrechterhaltung ihrer menschlichen Form. Ursprünglich sind sie alle Hüllen. Wenn die Flamme erlischt, sind sie in der ursprünglichen Form wieder. Dann sind sie wieder Hüllen. Das ist der natürliche Zustand. Aber es ist eigentlich eine Lüge. Eine gelebte Lüge immer und immer wieder. Solange die Flamme brennt, besteht die Lüge weiter. Klar, eine schöne Lüge. Denn wer möchte schon gerne ausschauen mit einer ausgebratenen Bratwurst. Das ist nicht so schön. Verständlicherweise. Aber eine Lüge bleibt letzten Endes eine Lüge. Denn eine Lüge kann man, so sehr man sie auch versucht zu verdrehen, nicht ändern. Wir sind aber mit Older noch nicht ganz fertig. Und zwar gibt es noch einen dritten Branch. Und der kapselt sich komplett davon ab. Von dem Ganzen. Und das ist sein eigener Weg. Denn er sah nicht immer so furchtbar aus. Und zwar fand Older in einem entfernten Königreich, einem befreundeten König seines Bruders, weit im Norden gelegen, in einem eiskalten Landen, tief unter dem Meerespögel, kann man das so sagen? Unter der Erde. Sagen wir unter der Erde. Es ist zwar alles zugefroren, aber sagen wir unter der Erde. Eine Flamme. Eine ganz bestimmte Flamme. Ich male die jetzt mal hier. So hier. Aber jene Flamme ist nicht so gut. Jene Flamme ist nur eine Kopie der ersten Flamme. Also wie auf Wisch bestellt. Jene Flamme ist die sogenannte Chaos Flamme. Jene Flamme wurde ursprünglich vor Jahren von einer Hexe erschaffen. In Dark Souls 1 wisst ihr natürlich woher. Welche Hexe. Die Hexe von Eiseliv. Jene Flamme ist eine ziemlich gute Kopie dieser Flamme. Denn sie ist in der Lage Leben immer wieder neu zu erschaffen. mit auch auf eine ziemlich verdrehte Art und Weise. Leben wird erschaffen, aber als Dämonen beziehungsweise wild wuchernd und unkontrollierbar. Die andere Flamme ist dagegen quasi gütiger. Die ursprüngliche erste Flamme. Denn sie vergibt einfach nur Seelen. Wenn man so will. Diese hier geht weit darüber hinaus und transformiert das Leben selbst in schreckliche, hässliche Monster-Kreaturen. Aber Alder dachte sich, jene Flamme braucht keinen Nährboden. Zumindest nicht so viel wie die ursprüngliche Flamme. Denn sie ernährt sich von jeglicher Art Seelen. Egal was ist. Menschliche Dämonen, egal was. Die Flamme ist nicht so wählerisch. Was also, wenn man jene Flamme zähmen könnte, ein Mensch daher käme, dann wäre doch der Fluch gebrochen. Wie male ich ein Fluch-Symbol? Machen wir einfach Sieg. So, dann versteht man das schon einigermaßen. Könnt mir folgen. Wenn jemand zumindest die Chaos-Flamme zähmen könnte, die nicht zwingend das Opfer einer mächtigen Seele braucht, wo man immer bangen muss, hoffentlich opfert sich dieser eine für die Menschheit, um zu hoffen, dass die Menschheit gerettet wäre. Dann könnte jener, der die Chaos-Flamme kontrollieren könnte, sagen, naja, dann opfert mir halt einfach so und so viel Dämonen-Sinn und alles ist cool. Es funktioniert genauso. Denn derjenige, die die Flamme kontrolliert und der Kontrolle halten kann, der könnte auch dann die dämonischen Transformationen unter Kontrolle halten. Dann könnte man eben auch nur den Output geben, dass man sagt zum Beispiel, ja, also ich transformiere euch nicht, sondern ihr bekommt eure Seelen, ihr dürft so und so, ne, alles gut. Es wäre quasi der Zyklus durchbrochen gewesen. All das hier, was wir hier sehen, wäre diese Sache durch die Chaos-Flamme durchbrochen gewesen. Ja gut, Aldia hatte allerdings keine Zeit, denn zu jenem Zeitpunkt, als das hier dann geschah, war es schon relativ fortgeschritten. Drangleic hatte schon den Krieg hinter sich, wurde von den, wir kommen da noch gleich dazu, von den Baumriesen angegriffen und überhaupt. So ist Aldia, das sah noch nicht so aus, hergegangen und hat das Experiment, das er hatte, im Kopf hatte, mit sich selbst durchgeführt. Und es war ein tatsächlicher Erfolg, mehr oder weniger. Er konnte die Chaos-Flamme in sich aufnehmen. Er konnte sie kontrollieren. Er hatte unglaubliche Macht inne. Jedoch er war halt ein ziemlich schlauer Mensch und ihm kamen dann auch einige Erkenntnisse, denn wie zum Beispiel schon das Zitat, A lie remains a lie. Die Chaos-Flamme war zwar dazu auch in der Lage, allerdings würde es halt auch immer wieder weitere Opfer fordern. Ein Zyklus wäre dadurch nicht großartig durchbrochen worden. Was ist, wenn eines Tages mal nicht mehr Dämonen vorhanden gewesen wären? Die Chaos-Flamme war jetzt auch nicht damit zufrieden, dass du einfach nur sagen wir, wenn keine Dämonen mehr übrig gewesen wären, sagst, okay, jetzt Opfer ich zehn Menschen. Das sind heute zehn Menschen, das sind beim nächsten Mal zehn Menschen. Als Beispiel, wenn das denn ausreicht, um den Fluch aufzuhalten, wenn das denn genügt, würde immer so weitergehen. Der Zyklus war dadurch noch lange nicht durchbrochen. Letzten Endes war das dann auch wieder nur ein Fehlschlag. Aldia war zu einem unsterblichen Wesen geworden. Er ist quasi mit der Chaos-Flamme verschmolzen. Deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. So pflanzlich, weil die Chaos-Flamme, ihr erinnert euch an das Chaos-Wesen von Aizalif, ist auch so aus Ranken, Pflanzen, ein Wildwuchs. Wildwuchs trifft es nämlich ganz gut. Das ist ähnlich wie Krebs. Das wuchert wild. Das ist unzählbar. Das ist wie ein Pilz gestrüpp, wie so Wurzeln. Das hältst du nicht auf. Deswegen. Aber er konnte die Flamme zählen. Das muss man hinlassen. Er war der Horst der Flamme. Er hat das geschafft, wirklich vermucht, seinen eigenen Willen beizubehalten. Das konnte nicht einmal die Hexe von Aizalif. Er konnte die Macht der Flamme selbst zähmen. Und konnte seinen eigenen Willen beibehalten. Musste allerdings auch dann die schmerzlichen Erkenntnisse treffen, dass sich rein gar nichts ändern würde dadurch. Letzten Endes war es alles ein Fehlschlag. Die Wissenschaft hat versagt. Könnte man so sagen jetzt. Das kann man hier alles durchstreichen. Das ist alles fehlgeschlagen. Der schlaue Bruder hat verkackt. So. Dann kommen wir zu Vendrick. Oh, das Video heute wird lang. Vendrick hat jahrelang nach einer Möglichkeit gesucht, den Fluch zu besiegen. Jahre ging ins Land. Ländereien nah und fern hat er durchsucht, nach Möglichkeit den Fluch zu besiegen. Und eines Tages tauchte vor seinem Königreich eine Frau auf mit dem Namen Narshandra. Wir nennen sie zu Kurzzwecken statt Narshandra nennen wir sie Nashe. So. Ist kürzer, geht schneller. Sie warnte König Vendrick von einem angeblichen Überfall muss ich kurz mal schauen. Haben wir alles noch schön im Bild? Ja, wundervoll. Sie warnte ihn von einem angeblichen Überfall der Bösen Bösen Riesen des Nordens der Baumriesen denn sie würden sein Königreich überfallen und ihn platt machen wollen. Da er eine Gefahr darstellte weil er wohl offensichtlich zu viel nach einer Möglichkeit suchte die natürliche Sache der Dinge außer Kraft zu setzen. Denn sie sind ja ohnehin unaffektet die Baumriesen das soll übrigens Baumriesenkopf sein vor dem Fluch und die Menschen durchbrechen einfach nur die natürliche Art der Dinge deswegen würden sie ihn auf kurz oder lang jetzt angreifen. Vendrick hatte darauf natürlich keinen Bock so dachte er sich Leute jetzt machen jetzt kriechen mit den Jungs also ist er mit Booten rübe gesegelt und hat gesiegt das interessante dabei war Nasche alles das hier war eine oh Gott Lüge ihr habt das jetzt nicht gesehen das ist einfach nur Lüge lasst mich in Frieden es ist schon spät und ich versuche es noch durchzuziehen denn Nasche ist auch ein Fragment ursprünglich gewesen wie das hier von Manus wenn man diese Fragmenten genug Zeit gab und sie irgendwie in Kontakt mit Seelen kam wuchsen sie so und nahmen interessanter Weise das ist jetzt aber schlecht gemalt machen wir so die Form von Frauen an ich weiß dass mir in Frieden ist schon spät so besser ich weiß nicht wieso es sind wohl alles Frauen gewesen wenn man diese Fragmente genug hat Seelen fressen lassen beziehungsweise genug mit Seelen in Verbindung kam und jene Fragmente trugen die Emotionen von Manus in sich ist gleich Emotion sehr weiblich was also dieses ganzes Ding mit Frauen emotional und so lasst es einfach ein bisschen auf euch wirken so sie zum Beispiel war das Verlangen von Manus Entschuldige mich kann das nicht so stehen lassen hat sie ein Band da rum so egal und ich haare schon wieder also sie ist gleich verlangen es gab noch mehrere davon es gab den Zorn die anderen beiden fallen mir gerade nicht ein Zorn war auf jeden Fall um Himmels Willen Natalia nein ne Zorn war Elana Elana die Untergangskönigin war der Zorn äh ich will jetzt keinen Scheiß erzählen egal wir beziehen uns nur auf diese Familie jetzt erst mal zum Manus kann ich ein eigenes Video mal machen wenn das gewünscht ist und ihr Verlangen war es natürlich immer stärker und mächtiger zu werden immer mehr Seelen zu absorbieren und halt einfach ja das Verlangen halt einfach immer man könnte sagen viel zur Definition von Sucht hat nicht gefehlt und so nutzte sie natürlich dann Vendrick aus hat ihn belogen hat gesagt und wenn du die die Riesen besiegt sie haben ganz bestimmt auch eine Möglichkeit wie man den Fluch besiegen kann lustigerweise das wusste sie nicht hatten die Riesen tatsächlich eine Möglichkeit man den Fluch besiegt es gab eine Möglichkeit den Fluch außer Kraft zu setzen und zwar nannte sich das ähm das kann ich jetzt nicht lügen äh mir fällt der Name gerade nicht eigentlich habe das Symbol vor Augen das ist wenn du den Riesenkönig killst Gemeinschaft Riesen Mitfühl Schaff irgend sowas ach Jesus wenn es jetzt drauf ankommt auf jeden Fall war es eine Macht wohl die Essenz der Riesen selbst noch mehr extra wie aus ihrer Seele denn die Riesen waren sogar dazu in der Lage Seelen zu kontrollieren und Totendingen Leben einzuhauchen mehr noch also sie konnten Seelen Moment so wir malen das mal kurz her ja kriegst den Kringel Seelen nehmen und in Steine meinetwegen in einen Golem packen ja mal mal kurz einen Golem Golem packen und diese für sich arbeiten lassen jene Golems da sie keinen verfallenen Körper hatten konnten so lange zum Beispiel Arbeiten verrichten bis die Macht der Seele abgeklungen war also konnte man theoretisch wenn man die Seele selbst einen Gegenstand bannen konnte bis die Macht der Seele quasi erloschen war diesen Gegenstand Leben einhauchen eine individuelle Persönlichkeit dieses weiter gedacht und da ist es zum fragen ob unser Hirnexperte hier oder ob das nicht sein beitun war darauf kam dass wenn man genug Seelen in einen Gegenstand band und diese Macht sich nur auf die Träge übertragen lassen würde jener von dem Fluch befreit sein würde das würde zwar das eigene Volk verdammen jedoch wäre zumindest einer schon einmal sicher davor und wenn dieser eine schon mal sicher davor war könnte er es in genug zeit verschaffen um weitere nachforschungen zu erstellen so hatte Vendrick also gehen wir davon aus dass er vielleicht und Nashandra die Idee hatten ich schätze Aldia war dabei nicht involviert denn natürlich war es vermutlich ihre Idee mit deswegen habe ich auch die Krone hier gezeichnet dass sie eben hier eine Krone erschaffen würden vollgestopft mit Seelen also so richtig proppenvoll richtig arschvoll mit Seelen allerhand Seelen hauptsache viele Seelen plus Mensch ist gleich Unsterblichkeit keine Angst also beziehungsweise keine Angst mehr vor dem Fluch haben wer diese Krone trägt ist von dem Fluch frei denn in dieser Krone wohnen so viel Seelen Macht inne es würde Milliarden Jahre dauern überlegt euch mal eine Seele wird 100 Jahre alt 100 Seelen werden 1000 Jahre alt wir sprechen nicht von herkömmlichen Seelen jetzt gehen wir mal von Dämonenseelen aus noch mächtigeren Seelen und die wurden in die Krone eingebaut das würde so lange andauert du bräuchst den Fluch nicht mehr fürchten ist 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 gleich fluch besiegt Entschuldigung es ist hier etwas davon platziert zugleich wäre das ist hier um um num num für nasche wieso naja schau es dir mal an das ist wie wenn du ein Schnitzelsanwich auf dem Kopf tragen würdest weil sie will ja immer mehr macht und um Himmels Willen diese Krone ist wie ein Bankett das du auf deinem Kopf tragen würdest und so hat sich nach und nach die gute Nasche dazu entpuppt dass ihre Absichten gar nicht mal so gut waren es heißt zwar jahrelang sie hat im Königreich einen Frieden gebracht sie hat das Königreich vor dem Angriff der angeblich bösen Baumriesen bewahrt aber die waren ja niemals böse eigentlich waren die sogar ziemlich friedliebend diese haben natürlich dann Rache erson und haben dann den Konterangriff gestartet haben das Königreich angegriffen und war danach RIP zwar mit erheblichen Verlusten Die Riesen konnten zwar besiegt werden, aber das Königreich war letzten Endes dennoch so zerstört und verloren, da viele der Bevölkerung einfach geflohen sind, da keiner Bock hatte, mit Riesenkrieg zu führen. Und wenn genug geflohen waren, hatte der Fluchrat vielleicht das Spiel, weil die wenigen, die noch da waren, wurden nach und nach zu höhen und dann hat sich die ganze Schoße erledigt. Tja, Nasche war noch da. Dranglik, äh, Vendrik war noch da. Hm, oh ja, lassen wir mal außen vor, da hat er in der ganzen Zeit über, wo das alles passiert ist, da haben sich die ganzen Sachen hier zugetragen. Also, sagen wir, jener Branch hat das hier oben hier mal ausgenommen, das mit den Drachen hier, das ist noch zu Zeiten von vor Nasche passiert. Aber das hier alles kann man von ausgehen. Das ist alles passiert, während Vendrik meint, er muss auf seine neue Ische jetzt hören, weil nachdem sie die Baumriesen zerlegt hatten in ihrem Reich, hat er sie geheiratet und umgekehrt halt. Obwohl sie aus dem Nichts aufgetaucht ist, er auf einmal von einem Krieg gekündigt, was absolut lächerlich war, weil er hätte zumindest mal mit den Leuten reden können, aber nee, da hat er einfach mal der blonden Frau jetzt vertraut und gedacht, Mensch, ja, diese Arschlöcher, das muss so sein, weil die sind jetzt böse gesungen, aber eigentlich haben die noch nie was gemacht, ich habe mit denen noch gar nicht geredet, aber war eine tolle Idee, Vendrik, hast du super gemacht, sehr diplomatisch, sofort gemerkt, man hat sofort gemerkt, dass du ohne einen Bruder einfach nur ein Vollidiot bist. Muss man wirklich so sagen. Naja, Vendrik hat auf jeden Fall immer mal gemerkt, dass seine Alte eine ziemlich böse, miese Sau ist und hat danach wieder Gutmachung gesucht. Er hat aber nicht, natürlich hat er auch den, er wollte sich dann letzten Endes sogar selbst opfern, wollte zum, das Ding sieht ja so aus, so, Ofen der ersten Flamme, Ofen, es gibt mehrere, es gibt nicht nur den einen Dark Souls 1, sondern tatsächlich, auch das Ding hier ist ein Hochofen, da kann man nachgoogeln, es gibt welche, die sehen so aus, stimmen schon. Und er hätte sich gerne draufgesetzt, jedoch hat Nasche den ganzen, das Außenrum hier alles, mit Finsternis erseuft quasi. Der Ofen der ersten Flamme befand sich unterhalb Schloss Wranglik und sie hat den ganzen Zugang zum Ofen mit Finsternis quasi erfüllt und quasi den direkten Zugang zu verweigern. Zu jedem Zeitpunkt hatte sie auch die Gunst der Riesen, ich glaube Gunst war es, und der einzige Weg dahin war über die Gunst der Riesen. Die Gap war einfach, also der Abstand war zu groß, das konnte es sich nicht überqueren. Gut, hätte er vielleicht großen Hupf gemacht, hätte es Wendrick vielleicht schaffen können, aber ich meine, der war schon alt, vermutlich hätte er es nicht geschafft. Also der Zugang war ihm verwehrt. Und sie hätte sich eher seiner Macht angenommen, also seiner Seele, ehe sie zugelassen hätte, dass er da eine Dummheit begeht und entzündet die Flamme aufs Neue. Denn dann wäre ihre ganze Scheiße für umsonst gewesen. Denn wenn die Flamme wieder brennt, gibt es wieder neue Hoffnung. Neue Hoffnung heißt neue Gefahren für sie. Das wäre nicht so gut gewesen. Deswegen musste sie schauen, dass sie die ganze Kacke hier abkapselt. Und Wendrick hingegen ist auf der Reise, nachdem er gemerkt hat, dass es da nichts mehr zu holen geht in sein Königreich, ist er über Amarna nach in die Untotengruft Denn dort gibt es die sogenannten Phenidrus. Man trifft einen, sein Name ist Agdain. Und Agdain, die sogenannten Phenidrus, leben eigentlich ewig. Sie sind allerdings auch nicht wirklich lebendig. Man kann sie nicht als Menschen bezeichnen. Jedoch sind sie die Hüter des Todes sozusagen. Die Untotengruft ist die ultimative Ruhestätte. Niemandem ist es da erlaubt einzutreten. Die Phenidrus sind die Hüter quasi des ultimativen Friedhofs. Und er wusste, dass wenn er jemals Ruhe finden würde und könnte, dann wäre das in der besagten Untotengruft. Und so ist er dahin gepilgert. Dabei war übrigens Wellstadt. Das war sozusagen der Spezi vom König. Der sollte sicherstellen, dass zusätzlich niemand herausfindet, wo er hingekommen ist. Denn Nasche sollte nicht herausfinden, wo sein Verbleib war. Denn er ist in die Untotengruft, um da zu krepieren, beziehungsweise da zur Hülle zu werden. Und er wollte sicherstellen, dass Nasche um keinen Preis an seine Seele kommt. Wellstadt hingegen hat seine Seele so. Ventrix Seele Entschuldigung für große Kleinschreibung. Nudel Nudeltes schnell mal noch gerade durch genommen und in Amanah versteckt. Deswegen ist sie auch in Amanah hinter einem Schloss, hinter einer Tür versiegelt, seine Seele, die man allerdings nur eröffnen kann, wenn es ein menschlicher Körper beziehungsweise die Hülle Moment, ganz kurz. Da muss ich jetzt niesen oder nicht? Ah. Ah, Schätze. Ne, doch, nein, ne, muss nicht niesen, okay, gut. Aber seine Seele ist eben hinter einem Tor versiegelt, das sich nur öffnet, wenn sein Körper wirklich komplett verschwunden ist. Also wirklich quasi keine umherwandelnde Hülle, sondern eine tote Leiche, die vom Würmer zerfressen wird. Sprich, das kann nur passieren, wenn jemand die Flamme aufs Neue entzündet hat und somit der untoten Fluch aufgehoben wurde, weil wenn der untoten Fluch aufgehoben wird, hören alle Hüllen auf zu existieren, kippen um, alles ohne Seele ist tot, die Seele garantiert, dass du dann fortbestehen kannst. Umso schwächer die Flamme wird, umso wahrscheinlicher wird es eben wieder das Hüllen umherwandeln, denn durch die Dunkelheit, die die erlöschende Flamme quasi mit sich bringt, kommt eben die Dunkelheit des Abgrunds zum Vorschein und der Abgrund ist der natürliche Lebensraum der Hüllen, deswegen, also brennt die Flamme am hellsten, kann es keine Hüllen geben, alles was Hülle ist, Feierabend, das war alles auf das, was Vendrick noch hoffen konnte, ja, so weit so gut, da kommen wir noch zum kleinen Zusatzzeitstrahl, währenddessen da hat Vendrick nicht mit gerechnet, aber während seiner Zeit im Exil, in der Untoten Gruft, hatte er Besuch von jemandem, von einem Träger des Fluches, Cover of the Throne, Bearer of the Curse, sucht sich aus, der es irgendwie geschafft hat, seine ganzen Wachen zu umgehen, bis zu ihm vorzustoßen und ihm hat er die ganze Wahrheit erzählt und er hat ihm erzählt, dass er seine ursprüngliche Macht, jene Krone, Vendricks ursprüngliche Krone, die wir hier sehen, diese hier, hat er auf drei aufgeteilt, drei befreundeten Königskumpels, Buddies, eine zum Beispiel hat er an dem übergeben, einen Teil davon, wo Weltstadt her ist, eine andere hat er an jemanden übergeben, wo die Chaosflamme her war, das wissen wir von Aldia, die liegt weit im Norden, er hat einen Teil dieser Macht übergeben an jeden König, an dem Elfenbeinkönig, damit er lange über diese Flamme bachen sollte, und einen weiteren Teil hat er an jemanden übergeben, der mit der ganzen Show nichts zu tun hat, der bloß flüchtig damit zu tun hat, denn auch sein Königreich wurde schließlich von einem Kind von Manusheim gesucht, aber das ist scheißegal, das ist nämlich der alte Eisenkönig, aber ihr seht die Connections, Weltstadt war nämlich ein adeliger, wenn nicht sogar der Prinz des Königreiches schuld war, und eben der König ist gestorben, keine Ahnung, ich würde es in den Baum verwandeln, um es genau zu sagen, und ich verstehe schon, also so dumm war die Überlegung gar nicht, denn die eine Macht, was nützt ist, wenn einer unsterblich ist, dann teils lieber durch drei, dass drei zwar nicht unendlich lange leben, aber zumindest ewig lange leben, um einer gewissen Verpflichtung nachzukommen, um, ne, und wenn er es schaffen sollte, alle drei Seelen, äh, machen wir mal so, drei, die drei Kronen, denn die Macht war in den drei Kronen, Wendwig hatte die vierte, also die Master Krone hatte er, also er brauchte die Krone des Eisen Königs, des untergegangenen Königs von Schulver und des Elfenbeinkönigs aus Eleon Neus, wenn wenn er in die drei Kronen bringen würde, könnte er wieder die ursprüngliche Master Krone herstellen, Welcher dem Fluch trotzen könnte und er der Träger des Fluches wäre vom Fluch erlöst, aber auch nur er, denn dann wäre quasi die ultimative Master Krone wieder da, die halt einen einzelnen Immunität zumindest zu unaussprechlich langer Zeit vor dem Fluch befreien sollte. So in der Praxis und Theorie und ich schätze mal, dann sind er mit der ganze Schoße durch. Was aus Nasche wurde, wissen wir vermutlich alle, die wird von ihm dann gekillt und an ihm, an dem Träger des Fluches liegt es dann letzten Endes, da er auf seiner ganzen Reise so viel Seelen gesammelt hat, zündet er sich selber dann an, um den Fluch wieder aufzuhalten und wieder für einige Jahre Ruhe zu stiften oder Scheiß da drauf geht, lässt die Welt in Dunkelheit versinken bzw. stellt den Status Quo wieder her, dass Menschen wieder da sind, was sie sind. Wir wären wieder bei der Catchphrase von A lie remains a lie Denn der ursprüngliche wahre Zustand der Menschen ist die Hüllenform. Und die menschliche Form ist zwar schick und schön, aber es ist einfach nicht der natürliche Zustand. So, um Himmels Willen und das ist die Familiengeschichte von Vendrix, seinem Bruder und Nasche und ein bisschen vermutlich auch im Träger des Fluches. Sag mal Dankeschön fürs Einschalten, ich gehe jetzt ins Bett, um Himmels Willen, es ist kurz vor eins, also danke für euer Interesse, es war wunderschön, ich hoffe, ich konnte es auch einigermaßen erklären und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, also Tschüssi!